Hallo, viele von uns haben ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit in einer WG gemacht. Für Menschen mit Behinderung sind Wohngemeinschaften mit Nichtbehinderten besonders attraktiv, denn hier werden sie von ihren Mitbewohnern im Alltag unterstützt, wie zum Beispiel in Freiburg. Ein Mensch bedeutet für mich selbstständig wohnen. Ich wohne in dieser Wohnung schon seit drei Jahren. Wir wohnen hier zu dritt, verstehen uns gut, wir sitzen auch manchmal zusammen und kochen zusammen und reden miteinander. Es kommen schon ab und zu Leute von meinen Mitbewohnern oder mir, also es ist eigentlich meistens was los. Hier wird es wieder einmal ganz deutlich, dass wir gewinnt. Und vielleicht gehören Sie jetzt zu unseren Hauptgewinnern. Der Geldgewinn geht an die Losendziffern 87 14 07 5. Die Gewinnzahl für das Traumhaus lautet 35 61 62 0. Das Haushaltsgeld geht an die 16 24 19 3. Die Gewinnzahlen für die Sofortrente lauten 27 27 44 0 und 89 22 2 9 9. Der Supergewinn in Höhe von 2 Millionen Euro geht an die 66 73 30 4. Am kommenden Dienstag haben Sie bei unserer großen Sonderverlosung 50 Mal die Chance auf 50.000 Euro. Wenn Sie heute noch auf aktion-mensch.de ein Los kaufen, können Sie sogar noch daran teilnehmen. Viel Glück, Ihnen noch einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.